Ja, eher etwas verstörend. Ich muss ganz klar sagen, ich bin weder Antisemit noch Extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind. Und insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte alle Hände ins Feuer legen kann. Und was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, wo es als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Die 25 Fragen sind jetzt übermittelt worden. Haben Sie sie empfangen und bis wann wollen Sie die beantworten? Ja, ich habe die Fragen jetzt und schaue sie mir genau an. Und im Endeffekt geht es alles in die Richtung, was ich eben sage, wie bisher schon die Äußerungen gemacht worden sind. Und dass dieses eine oder einige wenige Blätter in meiner Schultasche gefunden wurden und alles andere ist eben ja entsprechend bereits kommuniziert. Ist denn da in Ihren Akten, in Ihren Schulakten irgendwas, was man dann auch finden könnte, was Sie jetzt noch möglicherweise weiter belasten könnte? Lassen wir uns überraschen, was da jemand mir unter die Nase halten will. Wie haben Sie das Statement von Markus Söder jetzt gestern verfolgt? Was nehmen Sie auch mit aus dieser Pressekonferenz? Da war ja schon jedes einzelne Wort relativ genau abgewägt. Ich habe das gar nicht so im Detail mitverfolgt. Wir haben ja im Vorfeld intensivst gesprochen und das hat ja so wiedergegeben. Wie war denn die Stimmung gestern bei dem Koalitionsausschuss dann auch zwischen Ihnen und Markus Söder? Ja, natürlich ist die Situation sehr ernst und wir müssen hier die Sache uns genau anschauen und müssen uns gemeinsam jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Welche Reaktion bekommen Sie jetzt, wenn Sie mit den Menschen sprechen? Sie werden jetzt hier auch gleich wieder zu den Wählern gehen. Was sind da die Reaktionen, die Sie bekommen? Ja, schauen wir, was die Menschen dazu sagen. Aber ich habe sehr, sehr überwiegend die Aussage, dass hier eine Schmutzkampagne gefahren wird und dass sich hier ja politisch und auch persönlich zerstört werden soll. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir haben ganz viel über Ihren Bruder gehört. Wir haben von Ihrem Bruder noch nichts gesehen. Wie nimmt Ihr Bruder jetzt diese ganze Affäre eigentlich wahr? Sie sagen ja, das Flugblatt oder er sagt, dass vielmehr HBR verfasst. Wie geht er jetzt mit der ganzen Situation um? Ja, er ist natürlich diese Themen nicht gewohnt mit der Presse zu kommunizieren und so weiter. Und er wird sich möglichst weit in seinem Privaten halten und wird jetzt nicht groß sich weiter äußern, gehe ich davon aus. Also es ist auf alle Fälle so, dass ich als Politiker da im Scheinwerferlicht stehe und ständig gefragt werde. Aber er hat seine Aussagen getätigt und ich gehe davon aus, dass er sich ansonsten jetzt sehr aufs Private wieder zurückziehen wird und will nicht hier ständig aussagen oder hinterfragt werden. Wir stehen jetzt sechs Wochen vor der Wahl, rund sechs Wochen. Sie können sich ja vorstellen, das Wahlkampfthema wird dieses Thema bleiben, auch wenn Sie die Fragen jetzt schnell beantworten. Wie wollen Sie diesen Wahlkampf im Grunde weiter bestreiten? Ja, indem ich mit den Menschen draußen rede und schaue, wie die Stimmung ist. Und es ist auf alle Fälle so, dass die Menschen diese Kampagne überhaupt nicht verstehen, sondern sehr überwiegend sagen, das kann doch nicht sein, dass man mit Dingen konfrontiert wird, die so lange her sind, dass hier gezielt dann diese Themen auch platziert werden offenbar. Also insofern sagen die Menschen, dass das nicht sauber läuft hier. Kritisieren Sie auch die... Noch eine Nachfrage. Im Bayerischen Rundfunk ist ja heute darüber berichtet worden, dass Sie den Hitler-Sus gezeigt haben sollen und ludenfeindliche Witze gemacht haben. Das habe ich vorher beantwortet. Das habe ich vorher beantwortet. Stimmt es, dass Sie das gemacht haben? Sie haben es nicht so ganz eindeutig gesagt. Ich habe es vorher beantwortet, dass ich hier die letzten Jahrzehnte Demokrat, kein Antisemit bin und kein Extremist bin und alles andere, was aus Jugendzeiten behauptet wird. Und ich teilweise den Kopf schütteln muss und teilweise sage, wie man auch immer die Dinge interpretiert, aber das ist damit, glaube ich, beantwortet. Aber meine Frage ist nicht, ob Sie ein Antisemit sind, sondern ob Sie den Hitler-Gruß gezeigt haben und den jugendheitlichen Witz gemacht haben. Das ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich. Das ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich.